Wenn du jetzt schnell bist, kann dieses Video bares Geld für dich bedeuten. Ich habe nämlich was für dich, wenn du in den letzten Monaten immer wieder mal im NFT-Bereich schon unterwegs warst, was gekauft oder auch verkauft hast, dann kann es sein, dass du Free Money bekommst. Also kostenlos Geld und wie es geht, zeige ich dir gleich. Vorher weise ich natürlich noch auf mein Buch hin, Reich mit NFTs. Erscheint im Finanzbuchverlag, kriegst du überall, wo es Bücher gibt, auch bei Amazon. Der Link dazu ist hier unten. Denn das hier ist ein sehr, sehr wertvolles Buch, wenn du mit NFTs loslegen möchtest. Und du weißt, ich habe eine Mentoring-Gruppe zum Thema NFTs. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest und dich dafür interessierst, wir sind eine sehr coole, sehr freundliche, sehr hilfsbereite Community. Und wenn du dich dafür interessierst, ist hier unten der Link für ein kostenloses Telefonat mit jemandem aus meinem Team. Und dann schauen wir mal, ob das für dich was ist. Jo, wie kommst du jetzt an das kostenlose Geld? Nur mal so zum Überblick, ich habe bekommen einen Gegenwert von ungefähr 2.500, 2.700 mal 3, fast mal 4. Also um die 10.000 Euro geschenkt. Wofür? Dafür, dass ich in den letzten Monaten viel mit NFTs gemacht habe. Und du kannst jetzt mal überprüfen, ob das bei dir auch der Fall ist. Und damit wir das mal überprüfen, schalte ich hier um auf meinen Rechner und zeige dir, worum es eigentlich geht. Es geht um LuxRare. LuxRare.org ist eine neue Plattform, eine Konkurrenz zu OpenSea, der bis jetzt bekanntesten und beliebtesten und am meisten genutzten NFT-Handelsplattform. Das ist, wie du weißt, sowas wie Ebay für NFTs, ein NFT-Zweitmarkt. LuxRare ist momentan der erste, der ernsthaft OpenSea Konkurrenz machen könnte. Warum? Weil sie eben unter anderem ihren Usern Geld schenken und vielleicht eben auch dir. Wie kannst du das überprüfen? Du gehst einfach auf LuxRare.org und du siehst, Claim Your 200 Lux Airdrop. Das habe ich gerade mit einer anderen Wallet noch gemacht. Ich habe mit einer Wallet 2.556 Lux bekommen, mit dieser Wallet hier nochmal 200 Lux. Du musst aber schnell sein, weil heute ist der 28. Januar und das geht nur noch 17 Tage lang, dass du dir deine Lux claimen kannst. Aber sei ganz beruhigt, wenn du dieses Video jetzt später anschaust. Ich habe Lux sogar noch nachgekauft und stake die, weil ich mit denen momentan, am Anfang waren es über 1000%, momentan immer noch über 500% Zinsen verdiene. Und wie das geht, erfährst du auch in diesem Video. Also, du gehst auf LuxRare.org. Wir schauen uns nochmal ganz kurz an, wer ist denn eigentlich berechtigt, einen Airdrop zu bekommen. Es geht um Menschen, wie du hier siehst, die zwischen 16. Juni 2021 und 16. Dezember 2021 ein Handelsvolumen von 3 Ether oder mehr auf OpenSea verursacht haben. Handelsvolumen heißt nichts anderes, als wenn du was zusammengerechnet im Gegenwert von über 3 Ether G oder verkauft hast. Der Airdrop, es hieß am Anfang, er geht nur 7 bis 10 Tage. Jetzt hat er sich ein bisschen verlängert, weil es noch einige gibt mit Hardware-Wallets, die noch nicht claimen konnten. Und die sind sehr, sehr freundlich zu ihrer Community. Die sind so freundlich, weil sie die Konkurrenz zu OpenSea sein wollen und weil sie wollen, dass immer mehr Menschen rüberkommen. Also, du verbindest dich hier oben mit deiner Wallet. Ich bin hier mit meiner Wallet schon verbunden. Und dann gehst du, ich habe jetzt hier eine Wallet verbunden, mit der ich nichts kriege, gehst du auf Check Now. Und dann sagt er bei mir, no looks to claim, jetzt hier mit dieser Wallet. Bei dir, wenn du von 16. Juni bis 16. Dezember im Handelsvolumen von über 3 Ether gehandelt hast auf OpenSea, dann steht hier, wie vorhin gerade gezeigt, eine Zahl. Dann ist ganz wichtig, du bekommst, also wenn hier steht zum Beispiel 200, 300, 500, 1000. Bei mir waren es bei der einen Wallet 2.500, bei der einen Wallet 2.556. Wenn das da steht, dann kriegst du das nur, wenn du einen NFT listest auf OpenSea, auf looksrare.org. Du musst den NFT nicht verkaufen. Ich zeige dir das mal, indem ich hier auf eine andere Wallet umschalte, auf die, mit der ich auch was bekommen habe. Dann sind wir hier in der Wallet und dann können wir mal auf List an NFT gehen. Dann siehst du alle meine NFTs, die hier drin sind in dieser Wallet. Und dann kann ich zum Beispiel auf die Deadheads draufgehen, kann auf Sell gehen und kann dann hier einen Preis reinhauen. Wenn du so wie ich bist und NFTs nur ungern verkaufst, dann haust du halt hier einen Preis rein, zu dem du denkst, da geht es garantiert nicht weg, zum Beispiel 1.000 Ether. Und dann listest du das. Und wenn das gelistet ist, dann kannst du dir eben auf looksrare.org oben deinen Airdrop abholen. Hier, wie gesagt, siehst du das jetzt nicht, weil ich jetzt mit einer Wallet verbunden bin, die diesen Airdrop schon bekommen hat. Das ist wirklich ganz lustig. Ich habe, wie gesagt, ich glaube 2.556 bekommen. Stand heute ist Looksrare bei 3,84 Euro. Wir waren aber schon oben bei über 6 Euro. Das heißt, für die 2.556, die ich bekommen habe, 6.2, 12.000, 15.000, über 15.000 Euro. Und jetzt habe ich mit einer anderen Wallet noch welche dazu bekommen. Und so ein Geld kann bei dir auch rumliegen, das du vielleicht noch nicht geclaimt hast, wenn du in der letzten Zeit, in dem letzten halben Jahr eben auf OpenSea was geh- oder verkauft hast. Und jetzt kommt das Allerbeste. Wenn du dann Tokens bekommen hast, dann kannst du hier auf die Rewards-Seite gehen und du siehst hier 572% APR. Der Unterschied zwischen APR und APY. APY ist, wenn der Zinseszinseffekt mit eingerechnet wird. APR ist tatsächlich der nackte Zins. Also APR ist sogar noch besser als APY. Und hier hast du 572%. Wir waren da schon über 1.000 am Anfang. Ist wie immer bei jedem DeFi-Protokoll. Je mehr Menschen reingehen, desto mehr, desto niedriger werden die Zinsen. Und dann gehst du eben hier drauf, wenn du deine Lux in der Wallet hast. Ich habe jetzt 200, die ich vorhin geclaimt habe, habe ich mir rübergeschickt auf die andere Wallet. Dann gehst du einfach hier auf Max, also alle, die du staken willst und gehst auf Stake. Dann möchte er diese Stake-Transaktion konfirmen. Und dann hast du hier eine Pending Confirmation. Wir können uns die auf der Blockchain anschauen. Die wird jetzt unter 45 Sekunden durch sein. Und dann hast du diese Lux Tokens, die du geschenkt bekommen hast, gestaked. Und ich zeige dir gleich auch nochmal, was beim Staken rauskommt, während wir hier, ah ja, has been successfully staked. Ich habe vor ungefähr 12 Stunden meine, ich habe relativ viel Lux noch nachgekauft. Also ich habe 2.700 bekommen und habe noch um die 8.000 Stück nachgekauft. Eben jetzt, wo der Kurs von 6 auf 3.40 ungefähr runter ist, habe ich nochmal einiges nachgekauft, weil eben die Zinsen hoch sind. Und weil du die Zinsen nicht nur, du siehst, ich habe hier bis jetzt verdient, earned to date, 692 Lux Tokens. Die kriegst du nicht nur in Lux Tokens, sondern du kriegst auch Wrapped Ether, also Ether ausbezahlt. Und das, was ich hier bekommen habe, ist von gestern Abend, Viertel vor 6 bis jetzt Viertel vor 11, 16 Stunden. In 16 Stunden habe ich 0,12 Ether verdient, 0,12 Ether bei 0,12 mal 2200, heutiger Ether Kurs, 264 Euro in 16 Stunden. Also hier kommt richtig Geld zusammen und wie gesagt, du kriegst das hier in Wrapped Ether. Ich gehe dann so vor, wenn hier ein Ether wieder zusammen ist, hole ich den raus und kaufe davon wieder Lux Token, um hier das zu compounden, also um den Zinseszinseffekt zu erzielen. Und warum mache ich das? Warum glaube ich an diesen Lux Token? Weil eben die LuxRare.org, diese Plattform, versucht eine OpenSea Konkurrenz zu werden. Und im Gegensatz zu OpenSea wirst du hier eben belohnt. Du wirst, wenn du gestaked hast mit diesen 500% Zinsen, praktisch mitbeteiligt an den Gebühren, die hier entstehen. Und wenn du selbst verkaufst, kassiert bei OpenSea, OpenSea relativ viel Gebühren. Und auch hier kriegst du als Belohnung Lux Tokens. Und du siehst hier alle Sammlungen, du siehst hier den Mutant Ape Yacht Club zum Beispiel, der hier geh- und verkauft werden kann. Alles genauso wie auf OpenSea. Es wird immer sehr viel noch anwenderfreundlicher. Die arbeiten die ganze Zeit dran. Und es ist eine Plattform, die seit ich im NFT-Bereich unterwegs bin, die erste ist, die auf mich den Eindruck macht, als könnte sie, OpenSea, zumindest ein bisschen das Wasser reichen. Es gab ganz viele, die an den Start getreten sind oder angetreten sind und gesagt haben, wir sind die nächsten OpenSea-Killer und es ist aus allem nichts geworden. Aber die Freunde hier von LuxRare, die machen sehr, sehr viel richtig aus meiner Sicht. Und ich würde dir raten, einfach mal zu schauen, ob du eligible bist. Also ob du berechtigt bist, einen Token zu bekommen. Dann kannst du dir den Token claimen. Kostet nichts, claim ihn am besten zu einer Zeit, wo die Gas-Fees niedrig sind. Du kannst ganz einfach bei Google mal eingeben, Gas-Fee, Timetable oder sowas. Dann siehst du, zu welchen Zeiten die Gas-Fees niedrig sind. Und dann kannst du es, wenn du es willst, das ist keine Anlageberatung, wie immer, hier rein staken und bekommst momentan noch 571% Zinsen. Je mehr Menschen hier rein staken, desto niedriger werden die Zinsen. Also es ist damit zu rechnen, dass auch hier es sich lohnt, schnell zu sein, wenn du das machen möchtest. Also das ist meine Empfehlung für dich, wie du dir kostenloses Geld abholen kannst in diesem Fall. Und ich gehe jetzt hier mal auf Fullscreen zurück. Wie du dir kostenloses Geld abholen kannst dafür, dass du in den letzten Monaten, wenn du meinem YouTube-Kanal gefolgt bist und das eine oder andere gemacht hast, vielleicht den einen oder anderen NFT gekauft hast. Du weißt, da kommen ja drei Ether mal schnell zusammen. Also ich hoffe, ich drücke dir die Daumen, dass du ganz viel bekommst. Nochmal die Webseite heißt looksrare.org, also L-O-O-K-S-R-A-R-E.org. Da gehst du drauf und dann schaust einfach mal mit deiner Wallet nach. Vielleicht kriegst du free money. Ich würde es dir wünschen, wenn du dann Lust hast, über 500% Zinsen zu bekommen, dann kannst du es natürlich auch rein staken. Wie immer, keine Anlageempfehlung. Wenn du sowas und mehr zum Thema NFTs erfahren willst, wie gesagt, nochmal, ich empfehle dir aller, aller wärmstens mein Buch. Es wurde schon so viel vorbestellt, dass der Verlag gerade schon die zweite Auflage druckt und die ist auch schon wieder gut vorbestellt. Also insofern freue ich mich, wenn du dir das Buch holst, weil es ist wirklich für 15 Euro, kriegst du da so viel zum Thema NFTs, dass du damit alles machen kannst. Und wie gesagt, wenn du tiefer in das Thema einsteigen möchtest, wenn du in eine geile Community reinkommen möchtest, wo du sehr, sehr viel über dieses Thema weitergehen lernst, dann komm in die Future of Finance, in meine Mentoring-Gruppe, so heißt die. Hier unten ist der Link zu einem Telefonat mit einem meiner Mitarbeiter und dann schauen wir mal, ob das was ist. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder hier auf diesem Kanal. Lass ein Like da, teil das Video mit anderen, sodass du andere Freunde auch dazu bringen kannst, wenn sie vielleicht noch übersehen haben, dass sie noch kostenloses Geld rumliegen haben, dass sie sich Geld holen können. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest hier, wenn es heißt All Things NFT. Ciao, ciao.